Endlich ist es soweit! Das neuste Hörbuch mit CD. Papagallo Ugollo auf der Route 66. Diesmal mit den Geschichten vom Froschkönig, dem Geisserturi und vom Tauerwäscher zum Millionär. In der exklusiven Buchversion im Grossformat mit Hörspiel-CD bestell jetzt bei Weltbild unter der Telefonnummer 0848 840 112 oder portofrei bei weltbild.ch Ebenfalls erhältlich Papagallo Ugollo in Australien, Papagallo Ugollo am Nordpol und Papagallo Ugollo in Asien. Selbstverständlich in 100-seitigem Hörbuch mit CD. Amerika ist das Land der unbegrenzten Muggelkeiten. Hier gibt es nichts, was nicht möglich ist. Diesmal mit dem Coyote taglich gespielt von Florian Asch. Richtig Papagallo! Elvis Presley und nur der berühmtesten Entertainer aus dem Showbusiness hier gewesen. Erte Göhle! Göhle! Aufs Göhle! Hallo! Wie die Blitze Der Wind blast uns fast aus dem Sitz Wir sind auf der Route 66 Und mit dem Harlei Hess als Eddie der Adler. Ich bin so am Aufgang, das reicht. Ich bin so am Aufgang. Ich bin so am Aufgang. Ich bin so am Aufgang. Papagallo Ugollo in Australien. Papagallo Ugollo am Nordpol und Papagallo Ugollo in Asien. Selbstverständlich in 100-seitigem Hörbuch mit CD. Übrigens. Kennst du die Live-Show von Papagallo Ugollo? Das Familienspektakul für gross und klein. Ich bin so am Aufgang. 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 Gratis Gitarrenkurs mit Ugollo und noch viel, viel mehr. Papagallo Ugollo auf der Route 66. Diesmal mit den Geschichten vom Froschkönig, dem Geisserturi und vom Tauerwaschen zum Millionär. Jetzt in exklusive Buchversion im Grossformat mit Hörspiel-CD. Bestell jetzt bei Weltbild unter der Telefonnummer 0848 840 112 oder portofrei bei weltbild.ch Ebenfalls erhältlich. Papagallo Ugollo in Australien. Papagallo Ugollo am Nordpol und Papagallo Ugollo in Asien. Selbstverständlich in 100-seitigem Hörbuch mit CD. Göle! Göle! Hey Göle! Hey! Hey! Das neue Papagallo Ugollo-Büchle ist da! Ist wahr? Komm mal zeigen! Luma ist der Hammer geworden. Das, was ich sie auf der Route 66... Zeige. Ah ja! Das ist Agli! Der Coyote! Ihr neuer Freund aus Amerika! Ah ja! Und hier treffen sie Edith Radler! Der Indianer-Häuptling! Und hier sind sie in Santa Monica allein am Ende ihrer Reise. Ja, und was ist denn mit dem Rest der Reise? Hey! Unterwegs erzählen sie den Kinddenk-Geschichten. Diesmal die Geschichte vom Froschkönig, Geschichte vom Geisserturi und am Schluss noch vom Tauerwäscher zum Millionär. Legt da unten spannend! Das muss ich gleich hören! Und dann... Endlich ist es soweit! Das neueste Hörbuch mit CD Papagallo Ugollo auf der Route 66. Diesmal mit den Geschichten vom Froschkönig, dem Geisserturi und vom Tauerwäscher zum Millionär. Jetzt in exklusiven Buchversionen im Grossformat mit Hörspiel-CD. Bestell jetzt bei Weltbild unter der Telefonnummer 0848 840 112 oder portofrei bei weltbild.ch Ebenfalls erhältlich Papagallo Ugollo in Australien, Papagallo Ugollo am Nordpol und Papagallo Ugollo in Asien. Selbstverständlich in 100 Zeitungen im Hörbuch mit CD.